Herzlich Willkommen bei SportNord, Ihrem Sportfachgeschäft Nummer 1 in der Wesermarsch und im Ammerland. Das war das 1 zu 0, genau das Überstehende, Frau Schütte, mit der Nummer 9, Darina Franz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Waren wir natürlich absoluter Außenseiter. Aber ich habe schon geheim so ein bisschen geliebäugelt. Also ich weiß, was die Mädels können. Geht natürlich immer darum, das abzurufen. Und unser Manko war immer ein bisschen in der Defensive. Das haben wir heute zum Glück hingekriegt. Und ich denke auch hochverdient. Das erste Spiel war sehr ärgerlich. Also es wären sogar mehr drin gewesen. Aber wir wollen ja nicht überschnappen. Wir sind überglücklich. Haben mal Geschichte geschrieben für Polizeisportverein. Muss man ja auch mal so sagen. Und wir genießen das jetzt. Und alles super. Bis zum nächsten Mal.